Herzlich willkommen zum ersten Tutorial der neuen MATKIN-Skript-Reihe. Das Tutorial beinhaltet anhand des zur Verfügung gestellten kinemetrischen Datensatzes Erläuterungen, wie der Winkel zweier Körpersegmente berechnet werden kann. Für die Berechnung wird das Skalarprodukt herangezogen. Rufen wir zunächst das vorgefertigte MATLAB-Skript anglecalculation.m auf. Grün kommentiert, mit einzelnen Nummern versehen, sind die verschiedenen Skriptabschnitte gekennzeichnet. Nachdem im ersten Skriptabschnitt das Kommandozahlenfenster mit dem Befehl CLC bereinigt wurde, wird der noch zu ladene Datensatz den Variablen zugewiesen. In diesem zweiten Skriptabschnitt werden im Dialog zur Skriptlaufzeit die Parameter festgelegt, der Drehpunkt sowie zwei in Verbindung stehende Marker. Dies können im Falle der Kniewinkelberechnung das Fuß- und Hüftgelenk sein. Die Reihenfolge spielt hierbei keine Rolle. Die Dialogabfrage geschieht mit dem Befehl PROMPT. Der Befehl INPUT aus den Zeilen 28, 30 und 32 liest die Nutzeingabe ein, welche der entsprechenden Skriptvariable zugewiesen wird. In Schritt 3 werden die relativen Koordinaten definiert. Hierzu werden die jeweiligen Markerpositionen übersichtshalber in ihre x-, y- und z-Komponente untergliedert. Des Weiteren wird der eindimensionale Vektor Target Angle initialisiert, welcher im nächsten Schritt in einer Vorschleife mit Winkelwerten befüllt wird. Die Schritte 5 und 6 beinhalten die Darstellung mit dem Plot-Befehl, sowie das Abspeichern der Daten mit dem UI-Save-Befehl. Lasst uns zunächst einmal den Datensatz per Drag & Drop in den Workspace laden. Ein Datensatz mit der Codierung P1W25 bedeutet, dass Proband 1 auf einem Laufband mit 25% seiner Preferred Transition Speed gegangen ist. W steht hier für Walk. Die Preferred Transition Speed bedeutet die individuelle Geschwindigkeit, ab der der Proband vom Gehen ins Laufen übergeht. Im Workspace sind sowohl Kraft- als auch Markerdaten enthalten. Die Kraftdaten sind mit F gekennzeichnet und die Markerdaten fangen entweder mit einem L für Left oder mit einem R für Right an. Dann gibt es noch den C7 ganz oben im Workspace. Das Skalarprodukt ist elementar für die Winkelberechnung. Die Formel rechnet sich aus der Multiplikation beider Vektorlängen, sowie dem Cosinus des zu berechnenden Winkels. In unserem Anwendungsbeispiel gilt es den Kniewinkel zu bestimmen. Bei der Bestimmung der Vektorlängen werden die beiden Markerpositionsvektoren zunächst voneinander subtrahiert. Dies geschieht in den Zahlen 54 und 56. Für die Berechnung der natürlichen Länge eines Vektors wird die Funktion Norm von x verwendet. Hierbei entspricht Norm von x gleich Norm von x,2 gleich der Wurzel aus der Summe von x hoch 2. Damit es euch nicht verwirrt, anstelle von Norm von x steht hier Norm von a. Abhängig vom Kniewinkel Gamma wird entschieden, ob das Skalarprodukt negativ, positiv oder gleich 0 beträgt. Beträgt der Kniewinkel 90 Grad, so ist das Skalarprodukt gleich 0. Bei einem Kniewinkel kleiner als 90 Grad ist das Skalarprodukt positiv und umgekehrt, bei einem Kniewinkel größer als 90 Grad ist das Skalarprodukt negativ. Merken wir uns nun gut den mathematischen Ausdruck oben rechts in der Ecke. Durch mathematische Thermumformung kann der Cosinus von Gamma auf die linke Seite der Gleichung gebracht werden. Der Cosinus aus dem Kniewinkel Gamma entspricht der Division zwischen Skalarprodukt und Multiplikation der natürlichen Vektorlängen. In den Zeilen 63 bis 78 werden die in Punkt 3 und 4 erzeugten temporären Vektoren aus dem Workspace gelöscht. Der Kniewinkelverlauf wurde iterativ in der Variable Target Ankle gespeichert, siehe Zeile 60. Hierfür wird der inverse Cosinus verwendet, gekennzeichnet mit a cos d. d steht für Degree. Es werden also Gradzahlen zwischen 0 bis 180 Grad akzeptiert und nicht wie üblich in Radiant von 0 bis 2 Pi. Dann lassen wir das Skript mal durchgehen. Wir klicken auf Run und werden gefragt, which variable contains your first marker dataset? Wir wählen aus die linke Hüfte, da wir uns linkseitig den Kniewinkel berechnen lassen wollen. Zweite Frage ist der zweite Marker-Dataset, welches left heel, die linke Hackenspitze ist. Und der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte ist das Kniegelenk. Also wählen wir aus left knee outer, äußeres linkes Knie. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben nun den Kniewinkelverlauf gegenüber der Zeit dargestellt. Dieser erstreckt sich von ca. 110 bis 170 Grad und der Kurvenverlauf ist wiederkehrend. Soviel dazu, wie der Winkel zwischen zwei Körpersegmenten berechnet werden kann. Bei weiteren Fragen schrecklich nachzuhaken. Wir sehen uns bei der nächsten Matkinskript-Reihe. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Durcharbeiten. Auf Wiedersehen!